Ich habe hier zwei Personenwagen vor mir stehen. Einmal links die A&D UC321P und rechts die Medion Curamed MD13242, die es aktuell bei Aldi Süd gibt. Ich stelle mich jetzt zunächst auf die A&D Waage. Da wiege ich 90,2 Kilogramm. Und rüber auf die Medion Waage. Da sind es 90,5. Das ist okay, die Abweichung ist akzeptabel. Ich hatte jetzt die ganze Zeit ein 200 Gramm Gewicht in der Hand. Das lege ich jetzt mal zur Seite und stelle mich nochmal auf drei Waagen. Auf der A&D Waage waren es 90,2. Das heißt, jetzt müsste ich ziemlich genau 90 Kilo wiegen. Und ja, wenn ich jetzt noch ruhig stehen bleibe, sind es auch 90,00 Kilogramm. Bei der Medion Waage, da waren es 90,5. Und es sind auch immer noch 90,5. Obwohl ich jetzt um 200 Gramm leichter geworden bin. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Und wenn ich mich mehrmals hintereinander auf der Medion Waage wiege, zeigt die grundsätzlich das gleiche Gewicht an. Und ignoriert kleine Unterschiede von plus minus 200 Gramm eigentlich immer. Warum macht die Medion Waage das? Und wie bin ich auf die Idee gekommen, die so zu testen? Die Idee stammt nicht von mir, sondern von Masa Eto von A&D, also von dem Hersteller der Waage auf der linken Seite. Und 2008 hat Herr Eto einen ganz interessanten Artikel geschrieben. Er berichtet hier von dem Besuch bei einem chinesischen Wagenhersteller. Bei der Gelegenheit hat er eine sehr günstige Personenwaage dieses Herstellers getestet. Dazu hat er sich einfach mehrfach auf die Waage gestellt und war dann sehr erstaunt, dass die Waage immer exakt den gleichen Wert anzeigt, also eine fantastische Wiederholbarkeit hat. Dann hat er allerdings seinen Geldbeutel zur Seite gelegt, sich nochmal auf die Waage gestellt und die hat wieder exakt den gleichen Wert wie vorher angezeigt. Der Mitarbeiter des chinesischen Herstellers meinte dann, die Kunden würden sich nicht häufig auf diese Art und Weise wiegen und wenn sie es täten, wäre das kontraproduktiv. Die Waage wäre nämlich mit einer sogenannten Pullback-Funktion ausgestattet. Das bedeutet, die Waage merkt sich den letzten Wert und wenn der neue Wert innerhalb einer gewissen Differenz liegt, hier ausgerechnet 200 Gramm, dann würde die Waage einfach den alten Wert nochmal anzeigen. Egal wie oft sich der Kunde auf die Waage stellt, er würde also immer das gleiche Wegeergebnis angezeigt bekommen. Das wäre eine fantastische Methode, um das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Herr Eto schreibt dazu, A&D würde so etwas nie tun. Solche Innovationen wären zwar eventuell verkaufsfördernd, aber sind schlecht für die Genauigkeit. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die A&D UC321P gut zehnmal so teuer ist wie die günstige Personenwaage vom Discounter. Für die meisten Kunden reicht die billige Waage wahrscheinlich völlig aus. Wer aber höchste Ansprüche an die Präzision stellt und noch kleinste Gewichtsveränderungen exakt messen möchte, für den ist die UC321P von A&D sehr gut geeignet. Im Vergleich mit ähnlich genauen geeichten Personenwagen in Arztpraxen und Kliniken ist sie auch deutlich günstiger. Das wäre ein sehr guter Freundeskort. Untertitelung des ZDF, 2020